Das ist hier Wildeshausen, Kreisstadt sogar, ja, ein bisschen größer. Das ist hier das Nickmenü, Stadt Wildeshausen, Nickmenü. Wildeshausen liegt ein bisschen westlich von, äh, Quatsch, nicht Hannover, sondern Bremen. Ja, Wildeshausen. So geht's weiter Wildeshausen. Mal sehen, ob hier alles in Ordnung ist. So geht's. Klingedienst, ambulant. Gibt's da auch. Konditorei, Bäckerei. Sozialbauten. Volkshochschule gibt's auch. Guck mal, irgendwas für die Bilder. Um vielleicht den EQ so ein bisschen anzuheben. Der Grill gibt's hier. So nennt er sich. Die EQ ist ja auch immer nicht so doll meistens. Wir haben die Kamera eben ausgestellt. Um mal Luft zu schnappen. Ja, hier. Wildeshausen. Wild geht das hier zu. So sieht man das. Wildeshausen ist eben. Naja, der Name sagt das schon. So ist es eben, ne? Ja, könnt ihr euch was rein dichten. Ducky World gibt's hier. Spielcasino wahrscheinlich. Naja, wildes Hausen eben. Der richtige Name. Der passt hier der Name. Ich fahr jetzt einfach mal links rum. Mit der Sonne im Rücken. Mit der Sonne im Rücken. Möbelgen Heimat. Aus Wildeshausen wieder raus. Hier gibt's ein Taxi. Die vier mal die vier. Die vier ist ja eine Unglückzahl. Im chinesischen. Da würde ich dann nicht mitfahren, wenn ich ein Chinamann bin. Ich bin aber keiner. Was gibt's hier noch was zu essen? Der Euro-Döner. Gibt's auch. Da gibt's noch Massage. Kung Fu. Da müsst ihr auch mit Kung Fu durchmassieren. Gibt's auch. Auf. Ofen frisch immer lecker. Da noch die Calabria Pizza. Alles so vielfältig und so klasse. Das ist super. In Wildeshausen passt das alles zu. Hier. Kernarbeiten macht er hier. Fahrt schön langsam raus. Hier. Immobilienhandel. Was sie nicht alles haben. In Wildeshausen. Viel Wildes hier. In Wildeshausen. Das haben wir gesehen. Alles klar. Und tschüss.